Der Kollege Stefan Liebig hat für die Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Grenzvertrag, der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, ist seit 20 Jahren Grundlage für partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen. Und ja, die Unterzeichnung ist ein Ereignis von historischer Bedeutung. Und ich finde es richtig, dies durch die Debatte hier zu unterstreichen. Allerdings, und das kann ich Ihnen nicht ersparen, es wäre sicherlich auch möglich gewesen, gemeinsame Positionen zu formulieren. Auf unseren Beitrag haben Sie wegen der Albernheiten der CDU, CSU wieder verzichtet. Wie üblich haben sich SPD und Bündnis 90 die Grünen darauf eingelassen. Dabei hätten wir durchaus einiges einzubringen gehabt, das werde ich jetzt natürlich mündlich tun. Zum Beispiel das Thema Oder-Partnerschaft. Seit 2006 arbeiten die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mit den westpolnischen Wojewutschaften, Großpolen, Westpommern, Niederschlesien und Lubuskie unter dem Motto Grenzen trennen, die Oder verbindet zusammen. Das Ziel ist der Aufbau eines leistungsfähigen Regionalverbundes, diesseits und jenseits der Oder, für infrastrukturelle und politische Vernetzung, für einen kooperierenden dynamischen Wirtschaftsraum. Und der Wirtschaftssenator Harald Wolf aus Berlin und der Wirtschaftsminister Ralf Christophers aus Brandenburg, Sie ahnen es, beide Mitglieder unserer Partei Die Linke, sind hierbei aktive Motoren. Das ist zukunftsorientierte deutsch-polnische Zusammenarbeit. Sie haben uns durch Ihre Ausgrenzung natürlich auch zu Kritik eingeladen. Und dem komme ich gerne nach. Und ich möchte hier auf Herrn Wellmann Bezug nehmen. Herr Wellmann, Sie haben mich ja angesprochen, wegen Erich Honecker und der SED. Ich war tatsächlich nicht in der SED und das hat, das gebe ich zu, nur Altersgründe. Aber Sie haben natürlich in der Sache, in der Sache, völlig recht. Sie haben in der Sache völlig recht, denn natürlich war es falsch und unrecht, dass der Warschauer Vertrag die Solidarnaschbewegung bedroht hat. Und es ist völlig richtig, das hier zu erwähnen. Wenn Sie nicht so schreien würden, würden Sie meine inhaltlichen Positionen dazu auch verstehen. Zum Zweiten, der Kollege Nietan hat auf die Ambivalenzen der Geschichte hingewiesen. Und da kann ich Ihnen von der CDU-CSU natürlich nicht ersparen, auf die eigenen Ambivalenzen in der deutsch-polnischen Geschichte zu schauen. Sie haben in Ihrem Antrag versäumt zu erwähnen, dass es die DDR war, die im Görlitzer Vertrag von 1950 ihre Staatsgrenze zu Polen anerkannt hat. Und dass das damals im Deutschen Bundestag von allen Parteien außer der KPD heftig, heftig kritisiert wurde. Sie haben ignoriert, dass die Regierung Adenauer die Rechtmäßigkeit des Vertrags stets in Abrede gestellt hat. Ich darf zitieren. Wir können uns unter keinen Umständen mit einer von Sowjetrussland und Polen später einseitig vorgenommenen Abtrennung dieser Gebiete abfinden. Wir werden nicht aufhören, in einem geordneten Rechtsgang unsere Ansprüche auf diese Gebiete weiter zu verfolgen. CDU und CSU sind sogar noch dabei geblieben, als die Regierung Brandt-Scheel 1970 im Warschauer Vertrag den Status quo und damit die Oder-Neiße-Grenze faktisch anerkannt hat. Ich halte dies, das will ich der SPD auch sagen, für die größte außenpolitische Leistung der SPD im 20. Jahrhundert. Aber wir müssen gar nicht so weit zurückschauen. Es geht ja heute um den 20. Jahrestag. Schauen wir 20 Jahre zurück, Herr Wellmann. Der polnische Ministerpräsident Masowiecki hat in einem Schreiben vom 31. Januar 1990 von Kanzler Kohl eine Grenzgarantie verlangt. Er hat sie nicht bekommen. Helmut Kohl lag Europa sehr am Herzen, aber er hatte große Schwierigkeiten in Ihrer Fraktion, in Ihrer Partei. 23 Abgeordnete Ihrer Partei, darunter Erika Steinbach und der heutige Bundesverkehrsminister, haben dem Vertrag damals nicht zugestimmt, weil sie die berechtigten Anliegen der deutschen Heimatvertriebenen nicht geregelt sahen, weil sie die ökonomische Regelung von offen gebliebenen Eigentums- und Vermögensfragen vermisst haben. Damals in der sensiblen Phase der deutschen Vereinigung Rechnungen zu schreiben, statt an Versöhnung und gute Nachbarschaft zu denken, darauf musste man erst einmal kommen. Und unsere Partei, die PDS, hat dem damals aus tiefer innerer Überzeugung und geschlossen zugestimmt. Und deshalb finde ich es heute auch ein guter Anlass, an diesen Vertrag zu erinnern. Aber Sie dürfen dabei Ihre eigene Geschichte nicht ausblenden. Ich denke, dass wir auch noch einiges zu tun haben, was die Zukunft betrifft. Es gibt nach wie vor Entschädigungsforderungen von Polinnen und Polen, ehemaligen Opfern deutscher Besatzung. Hier können wir etwas machen. Mich stört schon etwas, dass Sie hier in diesem gemeinsamen Antrag von Rot-Grün und Schwarz-Gelb beschließen. Die Heimatvertriebenen haben sich bei der Pflege des gemeinsamen kulturellen Erbes engagierten Kontakten nach Polen geknüpft. Zweifellos haben Sie das. Natürlich. Aber nicht nur das. Da müssen wir auch nicht so weit zurückschauen. Es war der Anfang dieser Legislaturperiode, als Schwarz-Gelb kaum die Rolle der Vertriebenen im Stiftungsrat Flucht, Vertreibung und Versöhnung aufgewertet hat, um die Mitgliedschaft von Frau Steinbach zu verhindern. Da hat sie sich mit einer Beleidigung des polnischen Regierungsberaters Bartoszewski bedankt und über die Mobilmachung der Polen 1939 vor dem deutschen Überfall sinniert. Ich glaube, auch das sind Punkte, die nach wie vor das Misstrauen vieler Polinnen und Polen begründet. Und ich glaube, hier liegt auch ein bisschen das Problem, dass die Polen ihre Garanten für ihre Sicherheit eher in den Vereinigten Staaten sehen als in Europa, was ich durchaus kritisch sehe. Stichwort altes Europa, eine Diskussion, die wir alle vor ein paar Jahren zur Kenntnis nehmen mussten. Ich möchte nach vorn schauen. Kollege Liebig, warten Sie bitte auf das Signal. Ich komme zum Schluss. Das hat Frau Staatsministerin Dr. Pieper ja gesagt. Die gute Nachbarschaft läuft ja bereits neben den Tischreden, neben den Verträgen. Es gibt polnische Diskotheken im Ruhrgebiet. Es gibt Kunst und Kultur aus Polen hier in Berlin. Touristen besuchen einander. Darauf können wir aufbauen, die polnischen Minderheiten in Deutschland. Die deutsche Minderheit in Polen kann dafür Brücke sein. Das funktioniert. Ihren Antrag braucht dafür allerdings kein Mensch. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.